Und so kennen wir viele Leute. Sein Name ist ein muslimischer Name, aber er hat mit dem Islam nichts zu tun. Ja, achi, bete, lass mich in Ruhe. Ja, achi, faste, lass mich in Ruhe. Ja, achi, pilgere zum Hajj, bevor du in die Malediven fährst, das ist meine Sache. Aber ich bin Muslim, alhamdulillah. Das hören wir heutzutage. Er hat mit dem Islam nichts zu tun, aber er brüstet sich mit dem Islam. Und so sagen wir auch zu den Leuten, subhanallah, wenn du dich wegen dem Islam aufregst, dass bestimmte Dinge mit dem Islam gemacht werden, dann wo ist dein Beweis, dass du diese Eifersucht für diese Religion im Herzen trägst? Wo ist der Beweis? Rumschreien kann jeder, wie wir das in der heutigen Zeit haben, wenn irgendetwas ist über den Islam, wow, 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 gut und schön. Aber deine Eifersucht, woher kommt sie? Nur mit den Wörtern? Wallahi, das ist keine Eifersucht. Eifersucht ist, wenn du eine Sache lebst und liebst und danach wirklich handelst, das ist Eifersucht. Aber ansonsten schreien kann jeder, liebe Geschwister.